Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wo ich den Beards Crossing Schatz gefunden habe. Zunächst einmal müsst ihr für diese Schatzkarte Level 10 sein, denn dann ist diese im Posteingang. Seid ihr dann Level 10, könnt ihr die Schatzkarte beim Postmeister abholen. Habt ihr das gemacht? Haltet ihr die Pad nach rechts gedrückt, um euer Inventar zu öffnen, um sich die Schatzkarte anzuschauen. Sobald ihr auf die Schatzkarte klickt, öffnet sich dann die Karte und zu diesem Ort begibt ihr euch jetzt. Ich werde euch jetzt mein Gameplay und noch weitere Fundorte in diesem Video zeigen, da sich zwar alle Fundorte im selben Bereich befinden, aber nicht jeder an exakt derselben Stelle. Natürlich sind alle in der Videobeschreibung verlinkt, von denen ich das Gameplay ausgeliehen habe. Ich werde euch jetzt mein Gameplay ausgeliehen, aber nicht jeder an der Videobeschreibung verlinkt. Ich möchte tödlich aufлюbe, über die Schatzkarte Er organised bekommen dann nicht jeder anbeten des. Wir legen euch ab und werfen rechercheug sci Еще und vor allem passado, Und klar ist es like, ob wir databablos werden? Aber nicht jeder an den distorted Sinner schlaufen! Ja mit mir? éist! Wir haben uns überactive Tuních karte gefordert, keinebuilderesbrße Dome transあぁ escape. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.